Hallo, ich bin der Samson Kroll. Ich bin der Timon Westlich. Okay, und ihr habt hier einen Film beim Jugendfilmfestival gerade laufen gehabt. Worum ging es in dem Film? Um zwei Freunde. Okay, und was haben die gemacht? Die kannten sich erst nicht, sind unterschiedlich voneinander aufgewacht, sind dann gelaufen, haben sich dann getroffen und angefreundet. Okay, was für eine Kamera habt ihr denn benutzt? Die Canon EOS 700D. Okay, und macht ihr schon länger Videos oder war das jetzt das Erste, was ihr gemacht habt? Also wir machen schon längere Videos, also schon sehr lange. Habt ihr an dem Video dann alles selber gemacht oder hattet ihr noch ein größeres Team? Ne, wir waren eigentlich ausschließlich zu zweit. Wie lange habt ihr denn gebraucht, um das Video von vorne bis hinten mit Dreh und Schnitt fertig zu machen? Also gedreht haben wir zwei Wochen und geschnitten, ne gedreht haben wir zwei Tage und geschnitten haben wir eine Woche ungefähr. Aber naja, eher auch zwei oder drei Tage so und dann auch ein bisschen Nachbearbeitung ein bisschen. Und hat es Spaß gemacht? Ja. Und so was macht ihr dann öfters? Das heißt, beim nächsten Jugendfilmfestival könnte wieder was von euch kommen? Vielleicht. Vielleicht, okay. Man hat ja richtig coole Moves gesehen, die ihr da gemacht habt. Woher könnt ihr das? Ich hab mal einen Workshop mitgemacht, aber sonst eigentlich nur selber irgendwie beigebracht. Okay. Wo habt ihr eigentlich gedreht oder wo seid ihr her? Also ich bin aus Hersbruck, er ist aus Rosstal. Und wir haben in Hersbruck gedreht, ja, im Wald oben. Keine Ahnung, wie das heißt dann. Vom Licht her sah das ja richtig gut aus. War das nur Tageslicht oder hattet ihr da noch irgendwelche Reflektoren oder sowas? Äh, After Effects und ja, ansonsten war alles echt. Also ohne Reflektoren. Hauptsache gutes Wetter und dann passt es. Okay, gut. Dann vielen Dank für das Interview und vielleicht klappt es ja morgen mit dem Lobo. Vielen Dank.